Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest ein Vertrauensvotum anzunehmen bei Aurore in Suramar an folgender Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hierbei muss ich nahe zu Lillette beim Unsicher Forum zu verkehren. Nehmen die Quest gleich mal an und dann benutze ich meine Pfeife des Flugmeisters. Normalerweise solltet ihr die auch haben, wenn ihr schon soweit Zeit. Dann fliege ich nach Meredil. Flug dauert nicht lange. Und gleich bin ich da. Lauf dann hier in diesen Keller, der sich hier unten befindet. Und hier nehme ich nach das Portal zum Mondsicher Forum. Das ist dieses hier. Nicht vergessen die Masquerade zu benutzen. Dann laufe ich einfach hier den Weg entlang. Und schon darf ich die Quest abgeben bei Lillette Lunastre. In Suramar an folgender Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Habt ihr ja gesehen in welches Gebäude ich gelaufen bin. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao. Ciao.